Kapitel 17 Wenn Helden aufeinandertreffen Es war soweit, keine Worte mehr, keine Versuche der Überzeugung, keine Zweifel darüber was geschehen musste. Die finale Schlacht begann nach Monaten der Reise. Jetzt musste alles stimmen, denn gegenüber standen mehr als nur ein mächtiges Team. Gegenüber stand Günther. Inferno hatte mit einer Sache recht gehabt. Dieses Pokémon war kein normaler Feind. Funkenherz, ich habe eine Bitte, so ersehnlich sie auch klingt. Worum geht es? Du musst gegen Günther kämpfen. Alleine? Aber du sollst nicht siegen und nicht darauf kämpfen zu siegen. Niemand könnte das. Niemand von uns kann Günther alleine besiegen. Du hast den Typen, du hast Paralyse, du hast Emotionen und du hast eine Bindung. Du musst Zeit schinden, so viel wie du kannst. Wenn wir es schaffen, seine Teammitglieder zu besiegen und Günther geeint gegenüber zu treten. Nur dann haben wir eine Chance und du bist diejenige, die Günther am besten so lange aufhalten kann. Ich tue, was ich kann. Mehr Worte sollten nicht fallen, denn sofort stürzte sich Asche auf zwei der Feinde. Latias und Latios, die geradezu unbeschäftigt wirkten, um nicht als Zielscheibe zu dienen. Doch einer, einer stand wahrlich untätig. Günther, während im Zentrum der Höhle eine Schlacht entbrach, stand er am Gitter und betrachtete das Duell. Er wollte wohl zunächst Information sammeln. Wäre es vielleicht sinnvoll, dies zuzulassen? Immerhin würde er in dieser Zeit nicht angreifen. Doch andererseits, wenn er Information von Funkenherz bekam, könnte sie den Prozess verlangsamen. Günther! Ein recht schwacher Strahler an Elektrizität verfehlte das Impurgator, welches problemlos ausgewichen war. Funkenherz, willst du dich wahrlich mir stellen? Lass mich nichts tun, was ich bereuen werde. Wenn ich keine Wahl habe, dann kämpfe ich, auch gegen dich. Um einen Punkt zu machen, erschienen bekannte, bunte Kugeln um das Impurgator herum. Bist du dir sicher? Vergiss nicht, wer ich bin. Vergiss nicht, was ich kann. Der Emotionskampf. Soll ich dir mal was zeigen? Um das Luxio erschienen genau dieselben Kugeln, welche um Günther herum schwebten. Lediglich ein wenig blasser. Das kommt dir bekannt vor, nicht? Der Feind wirkte nicht eingeschüchtert, aber extrem überrascht. Bitte? Woher beherrschst du von allen Pokémon diese Techniken? Gibt es etwa mehr als nur eine Determination? Man braucht die Determination nicht, um mit Emotionen kämpfen zu können. Sie lässt ihn nur den gesamten schweren Prozess, vom Verstehen über das Erlernen bis zur Meisterung, überspringen. Aber auch normale Pokémon können es lernen. Emotional ausgeglichene Pokémon. Das hat Latira uns erzählt. Sie ist das legendäre Pokémon der Emotionen. Und war das erste Pokémon, welches sich traf. Welches diese Technik ohne Determination beherrschte. Und sie konnte uns auch lehren. Nicht alle von uns, aber zwei. Soll und mich. Das heißt, wir haben drei Emotionskämpfer in unseren Reihen. Aber keine Meister, wie ich sehe. Keine Meister. Nur Schüler. Günther warf seinen Blick auf die blassen Kugeln Funkenherz und auf Soll, welcher soeben gegen Freund und Flamjau kämpfte. Er war der stärkste in Funkenherz-Team. Doch auch er kämpfte noch ohne die Option des Hassens. Unterschätze soll nicht. Nur weil er von Natur aus nicht hasst, heißt das nicht, dass er nicht jede andere Emotion gemeistert hat. Und was soll es nützen? Denkst du etwa, ein Emotionskämpfer ohne Hass wäre wahrlich ein Emotionskämpfer? Oder glaubst du gar, dass dieses kleine Fucano mir etwas anhaben könnte? Du unterschätzt ihn. Du unterschätzt uns. Du unterschätzt Gerechtigkeit. Für Gerechtigkeit bin ich aber nicht hier. Sondern für den Sieg. Dann musst du... Während sie sprach, ließ Funkenherz eine Donnerwelle auf Günther los, welcher den Angriff hierdurch nicht kommen sah. Und Paralyse war die wohl wichtigste Waffe, wenn es ums Zeitschinden ging. Erst einmal den Sieg davontragen. In mir fließt das Blut einer Generation an ehrenhaften Kriegern und Kriegerinnen. In dir fließt Blut, dem ich niemals hätte trauen dürfen. Wäre ich schlau, dann hätte ich dich beseitigt, als du noch zu uns gehören wolltest. Es war nur eine Frage der Zeit, bis der Narka in dir erwacht. Aber ich war wohl zu emotional. Ich konnte deiner Mutter so etwas nicht antun. Und was hätten all meine Freunde gedacht? Sie hätten nicht verstanden, dass ich sie nur vor ihrer eigenen Moral beschützen will. Aber es ist egal. Seitdem dieser Kampf in den Sternen stand, habe ich trainiert. Um stärker zu werden, als ich es jemals war. Um diesen Krieg beenden zu können. Alleine oder mit meinem Team. Nichts und niemand wird diesem Weltenbaum schaden. Schon gar nicht du. Also zeig mir deine wahre Kraft. Die ein oder andere Minute hatte Funkenherz bereits gewonnen, bevor ein Kampf wirklich begann. Gut. Aber nun konnte sie nur noch zögern. Währenddessen standen sich Darkrai und Sumpex in einem sehr stummen Duell gegenüber. Beide Kämpfer waren nicht an den Dingen interessiert, die der andere vielleicht sagen könnte. Sie beide wussten, dass Worte nichts ändern würden. Beide kämpften. Ein Kampf, welcher vor langer Zeit ungleicher gewesen wäre als jeder andere. Und immer noch war Darkrai erfahren, gewandt, agil, mächtig. Aber in dieser Zeit war er nur ein Pokémon. Und somit war auch Sumpex ein respektabler Gegner. Anders hingegen zeigte sich das Duell von Sol gegen Floink und Flamiaus. Tatsächlich war es nicht anders im Aspekt der Ausgeglichenheit. Wobei die Tendenz auf Dauer wohl eher auf einen Sieg Floinks und Flamiaus hindeutete. Was durch Emotionskampf aber nie sicher war. Was anders war, waren Wortwechsel. Welche zumindest von einer der beiden Seiten hier gewollt waren. War dieser Kampf denn wirklich so nötig? Ihr beiden wisst doch selber, dass ihr uns eigentlich glaubt. Also, warum müssen wir kämpfen? Der Deal war klar. Ich stehe auf der Seite dieses Teams. Und dieses Team hat sich entschieden, euch entgegenzutreten. Um wahrlich zu sagen, dass ich euch glaube, fehlt es an einigem. Hat sich euer Team wirklich gegen uns entschieden? Es klang nicht so. Es klang, als hätte sich Günther gegen uns entschieden. Und ihr alle hättet es ohne weitere Fragen angenommen. Günther ist unser Anführer. Asch hat genauso für euch gesprochen. Wie Günther für uns. Aber Asch hat keine Entscheidungen getroffen. Günther schon. Nicht ein Wort hat er mit euch gewechselt. Du kannst es nicht nachvollziehen. Nach allem, was wir durchmachen mussten. Braucht es keine Worte mehr. Wobei Günther ohnehin seit einer Weile alleine entscheidet. Seitdem er an diesem Ort hauste. Um immer in Omegons Reichweite zu sein. Äh, Reichweite? Omegon ist uns Stunden entfernt entschieden. Und hat mit uns gesprochen. Reichweite ist nichts als eine Ausrede. Eine Ausrede wofür? Selbstverständlich besprechen die beiden Dinge, die an diesem Ort bleiben müssen. Wir alle akzeptieren das. Günther ist unser Bote zu Omegon. Also sagst du mir, dass ihr Omegon gar nicht kennt? Ihr hört nur von seinen Taten als ach so toller Herrscher. Ich habe das Wesen erlebt, das uns ins Gesicht lacht. Im Anblick unserer Sterblichkeit. Das Wesen, welches unsere Versuche verspottet, da nur seine Welt überleben soll. Diesen Omegon habe ich erlebt. Auch Asche blieb natürlich nicht untätig. Während Darkrai, Soll und Funkenherz ihre Kämpfe fochten. Ihm gegenüber war die vermutlich mächtigste Opposition. Günther selber selbstverständlich ausgenommen. Alleine kämpfte das Voluna nämlich gegen Latias und Latios. Beide dieser durch eigenartige Artefakte in ihre Mega-Version verwandelt. Und doch schlitt Asche stand. Er war mächtig, unberechenbar, beherrschte Geistangriffe und traf auf den größten Rückhalt. Gerade durch Latias, als welche beinahe überhaupt nicht kämpfte. Asche, sag mir, wer ist dieses Pokémon dort wirklich? Wer ist Latira? Gehört sie überhaupt zu euch? Ihr könnt euch nicht erinnern, denn Omegon hat euch Helden aus alten Heimen gerissen, um euch als seine Waffen zu missbrauchen. Ihr beiden stammt aus dem Weltenbaum des Sturmes. Die Pokémon dort kannten euch alle. Sie waren alle so glücklich. In Fogner hat es ein Pokémon zu treffen, welches euch auch nur kannte. Aber ihr musstet alles vergessen, damit Omegon seinen Krieg führen kann. Und auch eure Schwester. Sie war gefangen in einem ewigen Labyrinth, bis wir zusammen fliehen konnten. Unter Opfern. Natürlich gehört sie zu uns. Weshalb sollte sie es nicht? Weil sie nicht kämpft. Anders als alle anderen. Überrascht wandte sich Asche um. Es stimmte. Es stimmte. Warum tat Latira nichts? Sie schwebte stumm in der Ecke und sah zu. Latira, was Hölle tust du? Wir brauchen Unterstützung. Ich kann nicht Asche. Donner unterbrach die Worte des Drachen. Donner, welcher dem Blitz folgte. Aus jener Ecke, in welcher Funkenherz kämpfte. Sie stand gegen Günther. Alleine. Und dies zeigte sich. Mit jeder Sekunde näherte sich das Luxio seinen Grenzen. Während es nicht schien, als würde Günther auch nur einen Funkenrückhalt haben. Eher im Gegenteil. Je schwächer seine Feindin wurde, desto ruchloser wurde er selber. Worauf wartest du? Hilf ihr, Latira. Funkenherz braucht Hilfe, verdammt. Aber ich... Was ist dein Aber? Ist nun doch der Moment gekommen. In dem du dich entscheidest, uns zu verraten. Wenn dir dieses Team, dieser Kampf, diese Mission, irgendetwas bedeutet. Dann kämpf. Oder willst du uns nur sterben sehen? Diese Worte waren genug. Genug, um Latira aus der Reserve zu locken. Sie war keine Verräterin. Sie wollte kämpfen. Und schoss in ihrer Rage sofort auf Günther los. Und wurde in der Bewegung gestoppt. Die gesamte Höhlendecke veränderte sich. Ein dunkles Blau durchtränkte alles. Kleine, weiße Punkte, wie Sterne, erfüllten den Himmel. So, so. Also wahrlich. Also hast du all deine Weisheit gelassen. Latira, Latira. Latira. Hast du nicht etwas vergessen? Das Licht der Sterne selber umgab das rosane Pokémon. Und schien ihr jede Luft zu rauben. Nur mit Mühe konnte sie die Worte sprechen. Ich kann diesen Schwur nicht brechen, willst du sagen? Nicht. Du weißt, was es bedeutet. Wir, du und ich. Wir beide haben ein Schwur geschlossen. Unter dem Licht der Sterne. Was? Aber Latira, konntest du uns deswegen erzählen? Es war ein so simpler Titel. Ich brachte dir eine Beere. Eine einzelne Beere. Aus dieser konntest du Felder errichten. Diese ernährte dich in den Tiefen des Labyrinthes für Jahrzehnte. Und als einzige Gegenleistung verlangte ich, dass du deinen Geschwistern treu bleiben würdest, wenn du sie je wieder siehst. Du wusstest, was ich wusste, ist egal. Ein Sternschwur kann niemand brechen. Also tu es nicht. Eine Chance. Eine einzige. Los, greif an. Greif das Luxio an. Die Verräterin. Oh, Megon, was redest du? Was meinst du? Ein Sternschwur? Du hast zwei Pokémon in dieses Team eingeschleust. Du merkst es spät, Luxio. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich wollte mich nicht auf die Treue eines Wesens verlassen, welches Darkreis Blut in sich hat. Zurecht, wie sich herausstellte. Also Latira, du hast die Wahl. Alle Kämpfe waren an diesem Punkt gestoppt. Die Aufmerksamkeit lag alleine beim Weltengeist. Wer ein Omega verrät, darf nicht mit dem Leben davon kommen. Entweder lässt du Fugenherz dies spüren. Oder die Sterne lassen es dich spüren. Ich... Warte. Omega ist dieses Pokémon dort. Sie ist also wirklich unsere Schwester. Das ist sie. Doch scheinbar ist Wasser für sie dick als Blut. Ich schenke dir alles, was sie brauchte, um gefangen an der Todesfalle zu überleben. Und verleihte nur die Treue zu ihrer Familie dafür. Doch scheinbar würde sie sterben, bevor sie euch zur Seite tritt. Und... Was genau hat sie dir geschworen? Dass sie an eurer Seite kämpfen wird. Latias, Latios. Sobald sie euch endlich wieder sieht. Dann... Gibt es doch bestimmt einen dritten Weg. Ein Kompromiss. Wenn es so einen wirklich gäbe, Latias. Dann würden wir ihn nutzen. Ich weiß, dass du es willst, aber... Es ist nicht wahr. Funkenherz ist unsere Funkenheit. Und wenn wir die Wahl haben zwischen ihr und unserer Welt. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um uns und Diener und Heimat und Fremde. Es geht um Gerechtigkeit. Es geht um Pokémon. Es geht um Verständnis und Toleranz. Es geht um Frieden. Ein Nebelball schoss hervor. Er traf allerdings nichts als das Gitter, welches Omegons Herz absperrte. Mehr musste es auch nicht. Denn im selben Moment schwand das Sternlicht aus der Höhle und Latira fiel nun nicht mehr getragen. Zu Boden. Und atmete so schwer... Und atmete schwer. Was? Was sie nun wieder konnte. Sofort eilt Latias zu ihr. Was? Es geht um Verständnis. Und ich verstehe endlich, was hier los ist. Omegon. Sie soll auf unserer Seite kämpfen. Dann wechsle ich die Seite. Denn was du hier tust, so handelt niemand, der Frieden liebt. So handelt ein Tyrann. So handelt ein Omegon. Und um Hilfe. Das ist ja nicht. Ok.